Haus am Dom, der Podcast. Und für die vierte Folge hatten wir uns überlegt, uns mit Thomas Mertens Verhältnis zur Politik zu beschäftigen. Nämlich gegen die Erwartung, die man vielleicht hat, wenn man jetzt an einen Trappistenmönch denkt, der zurückgezogen, auch teilweise in einer Einsiedelei gelebt hat. Thomas Merton war als Mönch, als geistlich lebender Mensch politisch sehr aktiv. Er war zum Beispiel Kritiker des Vietnamkriegs, er stand dem Kommunismus nahe und er hatte Korrespondenz mit wichtigen politischen Persönlichkeiten seiner Zeit. Und uns interessiert heute die Frage oder die Fragen, womit hat er sich beschäftigt, wozu hat er wie Stellung genommen, wie hat er überhaupt Stellung genommen, wann beginnt sein politisches Denken und wie bringt er eigentlich sein politisches Engagement mit seiner Spiritualität, also mit seiner kontemplativen Lebensweise zusammen? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch, auf der einen Seite so zurückgezogen zu leben und auf der anderen Seite so pointiert auch Stellung zu nehmen zu politischen Verhältnissen seiner Zeit? Vielleicht, Dominik, steigen wir ein, um so ein bisschen das Panorama aufzuzeigen, also der Hintergrund, vor dem Thomas Merton gelebt hat, eine sehr politisch aufgeladene Zeit. Wir denken an den Zweiten Weltkrieg, an den Kalten Krieg, den Vietnamkrieg und so weiter. Kannst du so ein bisschen das Panorama zeichnen, vor dem Thomas Merton gelebt hat und was ihn natürlich wahrscheinlich dann auch beschäftigt hat politisch? Ich glaube, er war ja Europäer und hat als Kind in Frankreich gelebt. Er hat dann später in England studiert und bis heute ist England und auch Frankreich sehr vom Ersten Weltkrieg auch geprägt. Die ganzen Friedensbewegungen, die während und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, sind sehr wichtig und haben die europäische Kultur geprägt. Es gab auch die Industrialisierung in England, die Auseinandersetzung mit dem Marxismus als Idee. Und in Frankreich, nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich auch eine ökumenische Bewegung gegründet, auch mit MigrantInnen aus Russland, die nach der Revolution nach Frankreich gekommen waren. Hat man darüber nachgedacht, wie man als Laie christlich leben kann. Es gibt Figuren wie Jacques Maritain zum Beispiel, der da sehr aktiv war, aber auch Berdiaev, ein russischer Philosoph. Und die haben sich auch auseinandergesetzt mit den Themen, die dann auch von den Papsten angesprochen wurden, von dem sogenannten Laienapostolat. Also wie können ChristInnen sich in der Gesellschaft engagieren? Und die Grundidee war, ist, dass Laien auch eine spirituelle Aufgabe haben, in ihrem Alltag das Spirituelle auch als Ausgangspunkt nehmen sollten und dann in ihrer Arbeit das dann auch aufgreifen und versuchen, ein spirituelles Leben zu führen, auch im Alltag. Und Merton, der hat auch später mal gesagt, ich habe mich immer auch als Laie gesehen, nicht nur als Priester, weil als Mönch stehe ich eigentlich den Laien näher als die Priester, weil die Priester haben eigentlich eine klassische liturgische Aufgabe und haben auch eine starke Verbindung mit dem Bischof. Und er hat sich da immer auch versucht zu verstehen, was es heißt, ein Laie zu sein. Und ich habe hier einen Brief, und da reden wir von 1941, dass er eine Antwort bekommen hat. Da war er natürlich schon eingetreten im Kloster, aber kurz vorher hat er eine Art soziales Praktikum gemacht in Haarlem, in New York, in der Community von Catherine de Hoogh-Doherty. Und sie war auch eine Person, die als Laie, als russische Person versucht hat, wie können wir Gemeinschaften bilden von Laien, die sich auch engagieren und sich für Armen einsetzen. Und sie haben eine Diskussion, ob diese Laien sich auch politisch engagieren sollten. Und die Idee, sie sagt erst mal nicht, Catholic action is never political action, sie sagt. Also er fragt eigentlich, wenn man sich um Armen kümmert und man denkt ein bisschen strukturell, dann muss man sich auch für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und irgendwann wird man dann politisch, weil sonst ist es nur, oder nur ist es Nächstenliebe. Aber irgendwann kommt der Protest, dass es ein Problem gibt in der Gesellschaft. Und dann sagt sie, ja, aber first Catholic action is never political action. Und dann verweist sie auf die christliche Arbeiterbewegung, die ja auch auf Carden zurückgeht. Und dass man das verstehen muss, dass eine Elite gebildet wird, auch unter den Arbeitern, die gut gebildet sind und die Arbeiter dabei unterstützen, christlich zu handeln. Aber dann denkt sie weiter und sagt, well, I think if you reflect about it, this is the answer. A lawyer to a lawyer, a statesman to a statesman. Do you get the idea? But he, who is in the focus of the radiation of Catholic action, does not indulge in political action, except as a person. That is the axiom laid out by the late Pope in 1933. Da wurde in der Zeit auch darüber diskutiert, ob es überhaupt christliche Parteien geben sollte, zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit. Und natürlich auch, ob Priester sich politisch engagieren sollten. Und hier wird sogar diskutiert, ob Laien sich eigentlich politisch engagieren sollten. Also aus diesem Hintergrund kommt er. Aber es ist schön, dass er eingetreten ist im Kloster als Trappist, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Er schreibt Catherine de Hoog Doherty an, wo er ein Praktikum gemacht hat. Und seine erste Frage ist, sollten Laien sich politisch engagieren? Damit zeigt er eigentlich, obwohl er im Kloster eingetreten ist, dass er ein politisches Interesse hat. und auch einen breiteren Blick hat und sich nicht nur auf seine eigene kleine Welt konzentrieren will. Das hängt sicherlich mit seiner Biografie zusammen, weil er ja eigentlich gar nicht von Anbeginn vorhatte, ein geistliches Leben zu führen, sondern er war ja eigentlich Literatur studiert und war eigentlich sehr in der Welt, in Anführungszeichen, unterwegs. Also er hatte schon immer das größere Interesse, als jetzt sagen wir mal nur, in Anführungszeichen, geistliches Leben zu führen. Ja, das stimmt. Aber er geht dann ins Kloster, er entscheidet sich dann, dass das Kontemplative wichtiger ist. Und das ist übrigens auch etwas, was Jacques Maritain immer gesagt hat, die Spiritualität hat Priorität. Aber er versteht es dann, wenn er dann mit der monastischen Tradition konfrontiert ist und sich darin vertieft, dann sieht man, dass er, ich habe hier ein Buch, das er übersetzt hat, das war in 1946, glaube ich, Ja, genau. The Soul of the Apostolat von Dom Chautard, auch ein Franzose. Also er bleibt irgendwie darüber nachdenken, wie Leihens sich in der Gesellschaft verhalten können. Und er hat ein französisches Buch übersetzt von einem Chautard, der auch von der katholischen Aktion sehr beeinflusst war. Und dann sagt er, und da merkt man auch ein Problem, das er versucht zu lösen später, aber er sagt, dass es in der monastischen Tradition irgendwie eine Spannung gibt. There exists an inseparable close relationship between the so-called active and contemplative lives. So much so, that though one may dominate over the other, and the most perfect state is that in which contemplation dominates, Yet in the soul of anyone called by God to high sanctity, the life is always essentially a mixture of contemplation, love of God, and action, love of neighbor. Aber man merkt hier, dass er, Ausgangspunkt ist schon, dass das kontemplative Leben, das er jetzt führt, dass das das perfektere Leben ist. und damit wird er sich in den 40er, 50er Jahren damit auseinandersetzen, wie man das verstehen soll und versucht er auch diese Hierarchisierung zwischen kontemplativem Leben und aktivem Leben auch aufzuheben und zu hinterfragen. Aber man merkt hier, wenn er sich in der kontemplativen Tradition vertieft, dass das da gesagt wird, auch Bernadus sagt es zum Beispiel, dass das kontemplative Leben höher eingestuft werden sollte als das aktive Leben. Aber er wird sich damit auseinandersetzen. Also er setzt sich in der Anfangszeit, das haben wir jetzt gehört, abstrakt mit der Frage auseinander, wie verhält sich ein kontemplatives und ein aktives Leben? Dass ein kontemplatives Leben auch aktiv sein sollte, war ihm offenbar dann von Anfang an auch klar, aber er hat versucht, das irgendwie zusammenzubringen. Was sind für ihn dann konkrete Situationen, wo er dann wirklich auch in Aktion geht? Kannst du uns da mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Also wo hat er sich wie engagiert? Wie ging das dann los bei ihm? Er war ja ein Schriftsteller zuerst und auch ein Dichter, aber er hat auch unterrichtet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es irgendwie einen kontemplativen Boom und sind sehr viele junge Männer auch ins Kloster getreten. Und die waren ja zum Teil auch traumatisiert oder wollten auch irgendwie ein anderes Leben führen. Also ich glaube, diese Auseinandersetzung mit den Novizen war da sicherlich wichtig. Und da er ein bekannter Schriftsteller war, hatte er ein sehr breites Netzwerk und die haben ihn auch ermutigt, glaube ich, neu zu denken. Es gibt einige Beispiele. Ein bekannter Novize war Ernesto Cardinal, der, ich glaube, zwei oder drei Jahre im Gethsemane im Kloster war und dann Richtung Nicaragua ist gezogen. Und dort hatte er auch eine Art kontemplative Community und hat sich dann auch politisch engagiert. Und es gibt einen sehr ausgebreitet, sehr starken Briefwechsel mit, ist neu, auch ziemlich neu erschienen. Und Ernesto Cardinal, der hat ja sich sehr politisch engagiert, war in der Revolution auch engagiert, sogar in der Revolution in Iran. Der ist davon ausgegangen, dass Ayatollah Khomeini eigentlich irgendwie gewaltfrei eine Revolution antreiben wollte. Die Geschichte hat sich das anders gezeigt und da zeigt sich auch die Ambivalenz. Sobald man sich als Priester, als Mönch politisch engagiert, kann man sich ja auch tauschen. Ein anderes Beispiel ist auch in Nicaragua, es gibt einen Brief von Merton. In 1959 hat er den Präsidenten von Nicaragua einen Brief geschrieben und die Forscherin Malgorzata Pox sagt, dass er dort seine Bystander-Status wirklich dann auch losgelassen hat, weil einige von seinen Freunden, also auch Dichter aus Nicaragua, die waren verhaftet worden. Und er hat den Präsidenten angeschrieben und ihm gebeten, dass er als gute Katholik sich darüber Gedanken macht und dass eigentlich die Dichter nicht eine Gefahr sind für die Gesellschaft, aber auch kulturell zur Gesellschaft beitragen können. Also man merkt, dass er irgendwie in latinamerikaner Community hatte, die versucht haben, wie soll ich mich als Literaturmensch, als Dichter zur Gesellschaft verhalten und manche haben sich dann politisch engagiert. Das ist sicherlich eine Quelle. Du hattest gerade jetzt Ernesto Kardinal erwähnt. Er hat ihn unterstützt. Er hatte Briefwächse mit ihm. Aber was waren so die Themen, die Merton angetrieben hat, Kardinal zu unterstützen? Also was waren so die politischen Themen, die Merton umgetrieben haben? Ich glaube, und da gibt es auch eine Verbindung zu dieser französisch-katholischen Aktion, also dieser Idee von, wie können wir in der Gesellschaft dazu beitragen, dass Menschen sich als BürgerInnen, also christliche Menschen sich als BürgerInnen auch verhalten können? Also ich glaube, es war aus einer spirituell-pädagogischen Perspektive, dass er sich das angeschaut hat, glaube ich. Also es ging ihm um Gerechtigkeit, gesellschaftliche Verhältnisse, um Armutbekämpfung oder was waren so seine Themen? Es ging sicherlich um Armutbekämpfung. Die klassische Idee ist ja in dem kontemplativen Leben, dass Leiden dazugehört. Aber es gibt auch strukturell verursachtes Leiden, wie Armut und soziale Ungerechtigkeit und auch Diktaturen und Kolonialismus. Also das sind so Themen, die ihn beschäftigen, wie inwieweit auch USA auf Lateinamerika Einfluss nimmt und wie er dann als Mönch, also er sieht sich immer mit in den Themen einbezogen, weil er ist ja Bürger aus der USA. USA ist politisch in Lateinamerika aktiv, unterstützt politische Regimen dort, und setzt sich mit dem, und die Argumentation ist irgendwie, wir setzen uns mit dem Kommunismus auch in Lateinamerika auseinander, wir bekämpfen das und Merton sagt irgendwie, als Bürger aus der USA muss ich mich damit auseinandersetzen und er versucht einen dritten Weg aufzuzeigen in seinem Netzwerk, dass es gibt Kapitalismus, es gibt Kommunismus, aber was wäre ein dritter christlicher Weg? Und das ist dann beeinflusst auch von dem Personalismus, was ja von Meunier auch kommt in Frankreich, dass auch die Laienbewegung hat sich dort entwickelt, das wurde dann in Lateinamerika auch weiterentwickelt, Jacques Maritain hat auch Lateinamerika auch besucht, Dorothee D, die auch von Meunier beeinflusst war, hat auch Lateinamerika besucht, er hatte dann später in den 60er Jahren hatte er Kontakte mit Domherr Le Camara in Brasilien, der diese Leute auch eingeladen haben, einen dritten Weg zu suchen, also USA Weg, Kommunismus, also die großen Kräfte, aber wie sieht es konkret aus, und wie können wir aus einer christlichen Perspektive zu einer Gesellschaft beitragend die anders aussieht und einen anderen Weg zeigt und deswegen auch einen demokratischen Weg irgendwie, ja. Bei der Vorbereitung bin ich auf einen ganz interessanten Abschnitt gestoßen, eines Textes, den du mir geschickt hast, wo er nämlich beschreibt, wie wichtig es für ihn ist, ein gutes politisches Urteil fällen zu können. Und dafür braucht er Informationen. So diese Idee, dass die Korrespondenz mit wichtigen Persönlichkeiten in unterschiedlichen Ländern für ihn auch eine wichtige Informationsquelle ist, um möglichst objektiv entscheiden zu können, wo ist jetzt das richtige Engagement? Du verweist ja auf einen Text oder ein Gespräch, das er hatte mit belgischen Nonnen in 1968, die in die USA gezogen waren und Merton war sehr beeinflusst von den beiden Enzykliken von Johannes 23, Pacem Interis und Marte et Magistra. Und darum geht es, in diesen Texten geht es um die Zeichen der Zeit zu verstehen und auch das Sehen, Urteilen, Handeln, was auch in Gaudium et Spes wieder aufgenommen wurde. Und im kontemplativen Leben geht es auch um eine Sicht. Man sieht die Wirklichkeit und man versteht sie aus einer kontemplativ-spirituellen Perspektive. Und er versucht zu verstehen, was soll dieses Sehen, Urteilen, Handeln bedeuten für mich als Münch. Und wenn es ums Sehen geht, dann muss ich gut informiert sein. Also dafür brauche ich dieses Netzwerk. Er verweist in 1860 auch auf William Blake. Er hatte seine Masterthesis über ihn gemacht und er sagt, dass William Blake, der amerikanische Orthodichter, oder war er Englisch? Da bin ich mir ganz sicher. Aber immerhin, dass William Blake in seiner Literatur vier Schichten von Sehen unterscheidet. Dass er sich das gleiche Objekt als ein einfaches Objekt anschauen kann, aber dass er auch eine Naturerfahrung haben kann, wo er Engel begegnet. Und die Einladung für Mönche ist eigentlich, dieses Sehen, Urteilen und dann auch Handeln zu vertiefen und aus einer kontemplative Perspektive zu verstehen. Und er verbindet das auch mit den Kirchenvätern und mit den Wüstenmönchen, die diesbezüglich über Naturbetrachtung gesprochen haben, Theoria Physicae. Also, dass man aus einer kontemplativen Perspektive sich die Bibel anschaut, sich die Geschichte und auch Ereignisse anschaut und dass man das auch mit der Bibel verbindet. Und dieser kontemplative, meditative Umgang mit Sehen und Urteilen, da glaubt er, das ist sein Beitrag. Damit, und das finde ich für heute auch für die christliche Soziallehre sehr wichtig, weil das Sehen, Urteilen, Handeln und das Verstehen der Zeichen der Zeit wird sehr, manchmal sehr praktisch oder auch sehr akademisch irgendwie entwickelt. Also, das Sehen ist interdisziplinäre Forschung, das Urteilen, da schauen wir uns die Enzykliken an und vielleicht auch systematische Theologie, was die dazu gesagt haben, und dann Handeln, das konkret. Er sagt, nee, das Sehen, Urteilen, Handeln ist eigentlich eine kontemplative Disziplin. Aber man muss ja da nicht naiv reingehen, man muss gut informiert sein, das heißt, William Blake ernst nehmend, man muss auch das einfache, objektive Sehen verstehen, aber man muss es auch vertiefen. Und auch da nicht stehen bleiben, sondern sich dann am Ende auch einzusetzen, wenn es notwendig ist. Ja, dieser dritte Schritt ist immer das Handeln, was ja im Gordium at Space auch genannt wird. Aber das Handeln für ihn bedeutet auch Schreiben. Er hat zum Beispiel Ambience of a Season of Fury, also auch der Titel, er ärgert sich über alles Mögliche und was tut er? Er übersetzt latinamerikanische Dichter. Ja. Und das ist seine politische Aktion, weil das ist ja fast ungesehen, dass ein damit positioniert er sich fast auch politisch, wenn man sich das in der USA sich so vorstellt, wo Latinamerika als Backward und so weiter und vom Kommunismus beeinflusst ist. Und was macht er? Er übersetzt es und macht es dem amerikanischen Publikum zugänglich. Geht natürlich auch das Risiko ein, selbst als Kommunist oder als verdeckter Kommunist angesehen zu werden. Es gibt ja auch Hinweise, dass er als Kommunist beobachtet oder dass er beargewohnt worden ist von der Regierung als Kommunist. Und er hat sich ja auch kritisch zum Vietnamkrieg geäußert. Er hat sich so nicht gesehen, selbst wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht in seiner Studentenzeit, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Das habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Eine gute Quelle für ihn war Czeslaw Miłosz, polnischer Nobelpreisträger. Er hatte mit ihm einen Briefwechsel und hat ihn gefragt, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dem Kommunismus? Er wollte das auch besser verstehen. Und Czeslaw Miłosz hat auf zwei Sachen hingewiesen. Das Kommunismus ist nicht der Weg. Er hat ja auch Polen verlassen. Aber man soll auch nicht naiv meinen, dass man in der Sowjetunion einfach eine Revolution starten kann. Also er hat von Czeslaw Miłosz besser verstanden, was es bedeutet, in einer diktatorialen Umgebung zu leben, wo es keine Pressefreiheit gibt, wo man sich nicht einfach äußern kann. Und auch Boris Basternak, mit ihm hatte er einen Briefwechsel, war mehr spirituell. Aber er hat auch versucht, wie schauen sich die Leute dasselbe an, die dort leben oder gelebt haben, damit er es besser versteht. Er hat es nicht so einfach hingenommen und ist dann auch zum Beispiel nicht mitgegangen in den 60er-Jahre-Bewegungen, dass auch die existenzialistischen Philosophen gemeint haben, wir sollen uns freundlich mit dem Kommunismus, also in Frankreich und so. Da ist er nicht mitgegangen, weil er dort, weil er auch gute Quellen hat, die ihm davor gewarnt haben und gesagt haben, nee, also Kommunismus auf jeden Fall ist nicht der Weg. Weil es gibt ja im Zusammenhang seines umstrittenen, also seines mysteriösen Todes in Bangkok ja auch die Spekulation, dass er möglicherweise doch auch ermordet worden ist, weil er sich mit den falschen Leuten politisch aktiv zusammengeschlossen hat. Ja, es gibt eine kleine Minderheit von Merton-ForscherInnen, die das behaupten, aber die Mainstream-ForscherInnen, die ich kenne, die möchten das eher offen halten und möchten, es ist nicht ausgeschlossen, aber wenn man Merton versteht, geht man von Tag 1 eigentlich davon aus, dass man stirbt. Der Tod steht wirklich im Mittelpunkt und wird auch spirituell betrachtet und hat eine Tiefe und einen mysteriösen Charakter und ist auch eine Einladung zum Beten und zum Nachdenken. Und das war seine Grundhaltung, glaube ich. Und natürlich Effekt von seinem Handeln hätte sein können, dass er ermordet wurde von CIA oder wie auch immer. aber man könnte auch argumentieren, er hat sich auch sein ganzes Leben darauf vorbereitet und dass das, so wie Martin Luther King das eigentlich auch erwartet hat, dass das passieren würde. Aber für die FriedensaktivistInnen oder Leute mit solchen Kaliber war es wichtig, dass es darum geht, dass die Botschaft beibehalten bleibt und dass die Grundhaltung, diese kontemplative Grundhaltung, dass das im Mittelpunkt steht. Und es geht ja auch immer um Compassion, Barmherzigkeit, auch dem Feind gegenüber. Wenn man die Wahrheit oder versucht, Wahrheit zu sprechen, dann geht es letztendlich auch darum, dass die Gegenpartei, sogar die Leute, die ihm vielleicht, aber ich glaube eher nicht, ermordet haben, dass die auch mitgenommen werden. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Art, wie er politisches Handeln verstand. Du hast vorher gesagt, für ihn war Schreiben der entscheidende Akt, politisch aktiv zu sein, was ja eigentlich auch vielleicht erst mal ungewöhnlich wirkt, weil viele Schreiben eher als eine theoretische Tätigkeit verstehen würden. Für ihn war es dann offenbar mehr als eine theoretische Tätigkeit. Hat Merton sich eigentlich auch an Protestaktionen und sowas beteiligt, also war er im klassischen Sinne auch aktivistisch aktiv oder war sein Aktivismus nur, in Anführungszeichen, sein Schreiben? Er hatte einen Briefwechsel mit Rosemarie Ruther, die bekannte feministische Theologin und die ist von diesem Dualismus ausgegangen. Sie war noch sehr jung, sie hatte gerade ein oder zwei Bücher geschrieben und wollte irgendwie auch im Austausch steht mit Merton und sie ist von diesem Dualismus ausgegangen oder von der Idee, was ich vorher beschrieben habe, dass die kontemplative Leute denken, dass sie bessere Leute sind, weil letztendlich geht es um Gott und wir suchen Gott und die Leute, die da in der Welt rumhackern, muss halt geschehen. Aber sie hatte Merton gegenüber auch diesen Vorurteil, dass er immer noch diese Grundhaltung hat. und es gibt auch zum Beispiel Joan Baez, die bekannte Freundin auch von Bob Dylan, die Sängerin, die hat ihn auch ein-, zweimal besucht und hat ihm versucht zu überzeugen, dass er auch in den Anti-Vietnam-Protestaktionen mitgehen würde. Aber er hat es nicht gemacht und als er als Mönch angefangen hat, hätte er sehr starke prinzipielle Gründe dagegen gehabt und war er vielleicht dann auch nicht ganz frei von dieser Idee, ein kontemplativer Mensch muss sich auf Tod und Sterben und Gott konzentrieren und auf Liturgie. Aber letztendlich glaube ich, seitdem ich sein letztes Buch gelesen habe, das erst vor zwei Wochen erschienen ist, Thomas Merton in California, wo er mit diesen belgischen Nonnen in Gespräch tretet, letztendlich war es für ihn auch ein pragmatischer Grund. Es war nicht mehr so ein prinzipieller Grund, weil er hat diesen Dualismus zwischen Kontemplation und Aktion überwinden können. Und er sagt, diese Nonnen, die ja auch TrappistInnen waren, wenn ihr als Gemeinschaft euch entscheidet, dass es gut ist, dass ihr verhaftet werdet, also dass ihr an Protestaktionen teilnehmt und dann auch verhaftet wird, macht es dann, wenn das eure Gewissensentscheidung ist, wenn ihr meint, es ist das Beste, was ihr tun solltet, aber macht es, weil ihr das wollt. Und nicht, weil einige Gruppierungen euch als Gemeinschaft auch nutzen wollen. Also der pragmatische Grund ist, und er verweist auf die 30er Jahre hin, in dem Gespräch mit den Nonnen, ist, dass man gemeint hat, dass Stalin, also jung, naiv, gute Intentionen hat und Hitler bekämpfen wollte. Und deswegen sollten wir auch Stalin unterstützen. Und nachher hat sie gezeigt, dass der Unterschied zwischen Stalin und Hitler, dass man das hinterfragen kann und dass es auch reiner Pragmatismus war. Also die Idee für ihn ist, sobald man im Politischen unterwegs ist, ist man im Politischen unterwegs und kann man auch ausgenutzt werden. Also das war auch ein wichtiger Hinweis in diesem Text, dass politisches Engagement immer die Gefahr birgt, dass man verstrickt wird in Interessenkonflikte und dann nicht mehr eigentlich die kontemplative Sicht auf die Dinge hat. Und für ihn war das also immer wichtig, vielleicht kannst du das nochmal so vertiefen oder nochmal ein bisschen genauer, also immer wieder auch wieder einen Schritt zurück zu gehen, um eben nicht manipulierbar zu werden. Ja, ich finde den Briefwechsel diesbezüglich mit Dorothee D. sehr wichtig. Die hat Catholic Worker Movement gegründet, auch aus diesem personalistischen Ansatz heraus, aber war auch sehr politisch aktiv, aktivistisch. Also sie hat sich für die Armen eingesetzt, aber war auch eine Friedensaktivistin, die Protestaktionen auch organisiert hat. Aber sie hat gemeint, in dem Briefwechsel wird darüber gesprochen, was hältst du von Daniel Berrigant, also das war ja ein Jesuit, der zusammen mit seinem Bruder an diesen Protestaktionen gegen Vietnam teilgenommen hat und die berühmte Draft Cards verbrennt hat. Also dass man als junger Mann aufgerufen wird, dass man sich anmelden muss, Soldat zu werden. Und er hat zusammen mit diesen, also Daniel Berrigant hat zusammen mit diesen Männern dann einige von diesen Draft Cards verbrennt. Und dann wurde er verhaftet und so weiter. Und da sagt Dorothee Day, Daniel Berrigant ist ein bisschen naiv. Er versteht nicht ganz, wie man politisch agieren sollte. Und ich bin ganz froh, sagt Dorothee Day, dass es einen wie du gibt, der sich nicht dafür benutzen lässt. Und das ist ein Brief, um mal den Kontext, ah ja, der Kontext ist eigentlich, wir reden 1965, und Roger Laporte, auch ein Friedensaktivist, hatte sich selber angezündet, so auch wie manche vietnamesische Möncke sich angezündet haben aus Protest. Und da sagt Dorothee Day, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir ihm tags und nachts über bewacht, damit er das nicht tut. Also sie ist politisch vielmehr clever und versteht wirklich, also von der Grunde ab, was es bedeutet, aktivistisch zu sein. Und auch das Civil Rights Movement, man stellt sich das manchmal vor, dass Rosa Parks sich einen Tag einfach in einen Bus gesetzt hat und dass das Ganze, nee, das war nicht der Fall, das war nicht das erste Mal, dass sie das gemacht hat. Und das Civil Rights Movement hat es auch aufgegriffen und ist sehr bewusst und konzentriert und detailliert damit umgegangen, damit es auch eine gelungene Aktion wird. Und dafür argumentiert auch, dass, da sagt sie zum Beispiel zu Thomas Merton, also Dorothee Day, die sehr politisch aktiv war, your vocation is to bring the suffering world and the individuals in it before the Lord in prayer. And that's infinitely more important than anything else. We have always talked about the primacy of the spiritual and during the Second World War, I took a year off in order to spend my time in prayer and study in an old convent down on Long Island. Also auch sie, obwohl sie sehr politisch aktiv war, sagt, Kontemplation kommt zuerst. Aber es ist eine neue Interpretation von dieser klassischen Tradition, dass dann die Folge ist, dass die Mönche zu einer besseren Klasse gehören. Nee, wir als Laien machen auch Kontemplation, wir brauchen Gebet, damit unsere, dass wir, wenn wir dann politisch aktiv sind, dass wir da nicht naiv einsteigen. Ich bin auf das Zitat von Merton gestoßen und das jetzt auch ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Wobei ich mich eben frage, als ich das Zitat gelesen habe, jetzt im Verhältnis zu dem, was du gerade gesagt hast, ob das bei Merton nicht noch mehr miteinander verzahnt ist. Also ich rede von dem Satz von Merton We rest in action and act in rest. Also dass auch die, so verstehe ich das jedenfalls, dass auch die politische Aktion immer vor dem Hintergrund von einer kontemplativen Haltung liegt. Also dass das sozusagen nicht zwei unterschiedliche Schuhe sind, die man sich dann morgens und mittags anzieht, sondern dass es immer der gleiche Schuh ist, der nur in anderem Gelände benutzt wird. Ja, es ist schön, dass du das ansprichst, weil damit kommen wir auch in eine interreligiöse Perspektive. Er hat mit den Nonnen in Kalifornien in 1968 hat er gesprochen über ein Buch über Hinduismus, herausgegeben oder geschrieben von Swami Niki Lananda und im Hinduismus gibt es vier Arten, wie man spirituell leben kann und das sind vier Arten von Yoga. Also Karma-Yoga, Vakti-Yoga, Jnana-Yoga und Raja-Yoga. Und er sagt, Karma-Yoga ist diese Idee, dass man, wenn man als Laie ein professionelles Leben führt, dass man Rest in Work and Work in Rest. Also das ist eigentlich eine Yoga-Dizziplin entwickelt für Leute, die ein aktives Leben führen. Und er betont, dass diese vier Arten von Yoga, wir als im Westen sehen, eine Hierarchie dazwischen. Also er sagt, Karma-Yoga, das ist ja für die Leute, die im Westen, würde man das so sehen, auch vom Platonismus gesehen, aktive Leben ist niedriger. Und dann gibt es Bhakti-Yoga, das ist so Herz-Yoga, die er verbindet mit Bernadus zum Beispiel, dass man mystische Erfahrungen haben kann, aber die sehr emotional sind. Aber die höchste Stufe wäre dann Raja-Yoga, wo man dann in der dunklen Nacht, wie Johannes vom Kreuz, irgendwie versucht, auch sehr intellektuell zu verstehen, wie man sich zu Gott verhalten kann. Und er sagt, ich habe vom Hinduismus gelernt, dass sie da keinen Unterschied machen und dass Raja-Yoga nicht höher eingestuft werden kann dann Karma-Yoga. Aber was Karma-Yoga tut, ist eine kontemplative Perspektive in dem aktiven Leben reinzubringen. Und damit würde ich behaupten, dass seine Auseinandersetzung mit anderen Religionen ihm auch geholfen hat, diesen Dualismus zwischen Action und Contemplation auch aufzuheben. Und er sagt, dass die östliche Traditionen wie Zen-Buddhismus und dann auch Hinduismus und diese Yoga-Disziplinen, dass wir aus einer westlichen Perspektive immer sagen, dass es eine Art sich zurückziehen aus der Welt und auch eine Art Dualismus. Aber er sagt, im Gegenteil, wir können von denen lernen, wie wir aus dem Dualismus, das in der westlichen Tradition steckt, seit Plato und im Christentum integriert wurde und auch, wenn wir über Kontemplation reflektieren, wie wir das aufheben können. Es gibt ja auch Dokumente oder Zeugnisse von Menschen, die ihm begegnet sind, so im Alltag, die sagen, man hat ihm nicht angemerkt, dass er ein geistlicher Mensch ist. Also er war einfach ganz normal im Alltag unterwegs, wie jeder andere auch. Und das ist ja vielleicht auch ein Hinweis darüber, wie er eben diesen Hinweis Aktion und Kontemplation in sein eigenes Leben übersetzt hat. Ja, ja, das glaube ich schon. Wir haben darauf hingewiesen, dass er oder darüber gesprochen, dass er schreibt und dass das seine politische Aktion ist. ist und ich gebe auch ein Beispiel. Er hat und man kann das dann innerkirchlich-politische Arbeit nennen. Er hat in 1965 vor der vierten Session auf dem Zweiten Vatikanum hat er in Italien ein Buch herausgegeben Fede e Violenza, das in den USA erst in 1968 herausgegeben wurde. Und es hat eine Einführung von einem Friedensaktivisten aus Italien und er, dieser Friedensaktivist, weist darauf hin, dass das sehr relevant ist für das Zweite Vatikanum. Mein Italienisch ist nicht das Beste, aber wir versuchen es mal zu verstehen. Proprio in Questi Gignori il Concilio discute sulla Libertà Religiosa sul Impegno della Chiesa per la pace e per l'uva glianza della razza. Also das heißt, im Zweiten Vatikanum wird darüber diskutiert, wie man Gewaltlosigkeit einüben kann und wie man mit Rassismus umgehen kann. Ich weiß, ich habe es in den Tagebüchern gefunden, von Dom Helder Camara, dass er dieses Buch gelesen hat, während Gordium at Spes diskutiert wurde und sich da auch damit auseinander gesetzt hat. Und es gibt ein neues Oxford Handbook Second Vatican Council und ein österreichischer Kollege, glaube ich, Professor Sander, der weist darauf hin, dass man Gordium at Spes besser versteht, wenn man auch Merton liest. Weil eigentlich sollte man dieses Sehen, Urteilen, Handeln auch kontemplativ verstehend. Aber typisch dann für Merton ist, er hat es herausgegeben, aber in Italien, aber in seinen Tagebüchern spricht er kaum darüber und wenn er über seine Bücher redet, dann sagt er, ach ja, das ist letztendlich auch nicht so wichtig, mal schauen, ob das überhaupt einen Effekt hat. Aber man merkt ja, dass er eigentlich auch innerkirchlich fast politisch aktiv ist oder Lobbyarbeit gemacht hat und seine, weil auch, es gab auch Freunde, Dorothee D. und Hillegard Goss Maier, die versucht haben, während dem Zweiten Vatikanum vor allem das Thema von der Gewaltlosigkeit irgendwie voranzubringen und haben ihm auch um Texte gebeten und dann kam das hier auf Italienisch raus, aber dann lässt er das auch wieder los und ist dann nicht krampfhaft daran interessiert und wir haben die Kardinäle reagiert und wie sieht es jetzt aus und haben wir jetzt gewonnen und so weiter. Er hat seine Aufgabe erfüllt, Rest in Action, Action in Rest, aber er hat seine Lobbyarbeit gemacht und ich würde behaupten, das ist auch politische Arbeit, was er gemacht hat. Und wenn man seine Wirkungsgeschichte sich anschaut, dann muss man schon sagen, dass es ihm gelungen ist. Er wird gelesen weltweit, er ist immer noch einer der erfolgreichsten geistigen Schriftsteller überhaupt. Insofern war ihm eigentlich, das passt vielleicht jetzt nicht ganz zum Thema, seine Wirkung und seine mögliche Wirkungsgeschichte schon zu seinen Lebenszeiten bewusst? Ja, ja, auf jeden Fall, weil er hat ja mit einem Knaller angefangen mit seiner Orthopiografie und die wurde von Millionen gelesen und dann sein Abt hat ihm oder sein Umkreis hat ihm dann auch ermutigt, weil er wollte eigentlich, ich schreibe nicht mehr und das ist auch interessant, er ist im Kloster gegangen und hat gedacht, ich kann nicht mehr schreiben und deswegen hat er Schreiben wirklich als Handeln auch verstanden, ich muss mich jetzt auf Kontemplation konzentrieren, aber seine Gemeinschaft hat sich immer ermutigt, nee, nee, du sollst weiter und Einerseits hat er auch zugegeben, dass er auch seine Eitelkeit hat, aber andererseits hat er auch manchmal das Gefühl, dass ihm das geschadet hat, weil er hatte ja sehr viele Briefe von allen möglichen Leuten, die auch mit einem solchen berühmten Mönch Kontakt haben wollten oder er hat auch witzig, während er in dieser Einsiedlerei gelebt hat, als allein gelebt hat, dass dann auch fast Touristen gekommen sind und die herausfinden wollten, es gibt so eine witzige Anekdote, die ich auch noch letzte Woche gelesen habe, dass er auf der Terrasse sitzt und er ist noch nicht ganz angezogen, er trinkt einen Kaffee glaube ich und schaut sich die Natur an und dann kommen auf einmal so einige Touristen und da steht er da in seiner Unterhose und dann reflektiert er darüber und so weiter, dann hat er mich dann schnell angezogen und hat mich dann mit denen hingesetzt und das war letztendlich ganz nett, aber ja. Das ist die andere Seite von berühmt sein, dass man auch in Unterhose erwischt werden kann, wie schön. Dominik, wir biegen auf die Schlusskurve ein, so als kleine Abschlussfrage, was kann Mertens so politisches Verhältnis oder Verhältnis zur Politik besser gesagt uns heute sagen, also gehen wir mal einen Schritt in die Gegenwart, was sind deine wichtigsten Learnings mit der Beschäftigung mit Mertens Verhältnis zur Politik auch für uns heute? Ja, er hat Jim Forrest auch einen Friedensaktivist, der vor kurzer Zeit auch gestorben ist in Holland, der war ja sehr frustriert, dass die Friedensbewegung nicht vorankommt und es gibt einen brünen Brief, wo Mertens sagt, du wirst nur vorankommen, wenn du nicht mehr ergebnisorientiert bist. wenn du hast ja eine vorbereitete Aktion und irgendwie kommt da nichts raus und man merkt jetzt auch in der jetzigen Kontext, wie manche Themen vorangetrieben werden und am nächsten Tag ist es schon wieder vergessen und redet die Presse über etwas anders oder wird es anders dargestellt oder werden und ich glaube das Wichtigste, was Mertens immer darauf hinweist ist, dass man nicht ergebnisorientiert sein sollte und zweitens auch und da steckt auch seine kontemplative christliche Anthropologie dahinter ist, dass es letztendlich auch Gott ist, der uns zeigt, wie es weitergeht und ob es weitergeht und wie es weitergeht und das haben wir selber nicht in der Hand und es kann ja sein, dass das, was ich tue, erst vielleicht für die nächste Generation wichtig ist in 20 Jahren und es gibt eine Freundin von mir, eine Feministin, die leider sehr jung gestorben ist, an Krebs, aber sie hat immer gesagt, wir brauchen, wenn wir für die Kirche arbeiten, brauchen wir eschatologische Geduld, dass man aus einer breiteren Perspektive sich den Alltag anschaut und das was wir tun, wenn zum Beispiel jetzt wir uns für Frauenrechte in der Kirche einsetzen, dass wir das nicht nur für uns tun, aber vielleicht wird sich da erst in der nächsten Generation wirklich was ändern und diese Haltung zu haben, dass wir in einer Tradition stehen, was ja auch typisch ist für die kontemplative Tradition, dass wir etwas weitertragen und dass es letztendlich auch in Gottes Hand ist, das ist glaube ich sehr wichtig und dass man sich dann nicht von den politischen Meinungen und Mainstream Journalismus im Alltag beeinflussen lässt, aber dass man mit Hilfe von seinem Netzwerk immer zur Reflexion kommt und sich darüber Gedanken macht, wie können wir das Ganze, was jetzt passiert, uns aus einer tiefen kontemplativen Perspektive uns anschauen. Ja, sehr schön, vielen Dank Dominik, das war unsere Folge 4 zum Thema Thomas Merton und die Politik. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Mails schreibt und sagt, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat, vielleicht gibt es auch ein Thema, was euch total interessiert, worüber wir irgendwann mal sprechen könnten. Also wir freuen uns auf Nachrichten und ich verabschiede mich, vielen Dank Dominik für das Gespräch. Ja, danke auch. Und alles Gute, Tschüss. Ciao.